Willkommen zu einem weiteren Artemis Vite Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie, welche flexiblen Möglichkeiten Ihnen der Report in der Artemis Vite bietet, um Ihre Ergebnisse schnell und in einheitlicher Form präsentieren zu können. Nach einmaliger Definition eines Report-Elements können Sie jederzeit auch andere Ergebnisse auf dieselbe Weise darstellen und dadurch effizienter arbeiten. Mit einem Report haben Sie die Möglichkeit, die Inhalte Ihrer Präsentation in der Artemis Vite festzulegen und Sie können abgespeicherte Report-Vorlagen für neue Ergebnisse wiederverwenden. In folgendem Beispiel wird ein Report für den Benchmarkvergleich von Türzuschlagsgeräuschen erzeugt. Um einen neuen Report zu erstellen, fügen Sie per Rechtsklick in den Destination Pool und Insert einen Report als Destination Element ein. Nach einem Doppelklick auf das Destination Element startet die Berechnung. Standardmäßig werden bei der Berechnung eines neuen Reports mehrere leere Textboxen und zwei leere Diagramme dargestellt. Diese Vorlage bietet eine schnelle Möglichkeit, einen Report zu befüllen. Weitere Vorlagen erreichen Sie über den Pfeil neben Add Page. Hier können Sie auch zuvor definierte Seitenlayouts oder eine leere Seite einfügen. Zur besseren Veranschaulichung der Möglichkeiten und Funktionen bei der Einstellung eines Reports wird in diesem Beispiel zunächst eine leere Seite befüllt. In der oberen Menüleiste eines Reports können Sie mithilfe der unterschiedlichen Symbole Inhalte einfügen. Fügen Sie zum Beispiel eine Textbox ein, geben Sie einen Text ein und verändern Sie im Properties Tool Window die Einstellungen der Schrift. Sobald Sie ein Element in einem Report mit einem Klick anwählen, erscheint eine kleine Menüleiste. Mithilfe der Pfeilsymbole in dieser Menüleiste können Sie ein Objekt mit einem Klick kopieren. Mit dem nächsten Symbol in der oberen Menüleiste können Sie einen Platzhalter für ein Bild erzeugen. Bewegen Sie eine Bilddatei einfach bei Drag & Drop aus dem Head Navigator auf dem Platzhalter, um das Bild einzufügen. Standardmäßig ist für das Bild ein Rand eingestellt, den Sie im Properties Tool Window unter Common entfernen können. Um Analyseergebnisse einfügen zu können, verwenden Sie Diagrammboxen, die Sie mit dem nächsten Symbol in der oberen Menüleiste einfügen können. Um ein Analyseergebnis der eben durchgeführten Berechnungen in eine Diagrammbox einzufügen, wählen Sie zunächst das entsprechende Diagramm mit einem einfachen Klick an. Nun erscheint der Punkt Data Binding im Properties Tool Window des Reports. Unter Available Data werden Ihnen die unterschiedlichen Pfade angezeigt, um Daten einbinden zu können. Zunächst sehen Sie die drei Marken, die eben bei der Berechnung des Reports im Pool Project aktiv waren. Über die Pfeilsymbole erreichen Sie das Zeitsignal und die Analysen und können diese durch Setzen eines Hakens in das Diagramm einbinden. Auf der aktuellen Seite des Reports sollen die Ergebnisse beider Analysen der ersten Marker eingebunden werden. Wählen Sie dazu das gewünschte Diagramm an. Unter dem Punkt F1 befinden sich die beiden berechneten Analyseergebnisse der ersten Marker aus dem Pool Project. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol vor einer Analyse und setzen Sie bei den gewünschten Kanälen einen Haken. Da es sich in diesem Fall um eine 3D-Analyse handelt, wird nur ein Kanal dargestellt. Im zweiten Diagramm werden die Analyseergebnisse beider Kanäle der ersten Marke gebunden. In den Diagrammen eines Reports können Sie alle Funktionen nutzen, die Sie aus dem Data Viewer gewohnt sind. Sie können die Cursor-Funktionen im Diagramm aufrufen, zum Beispiel um Label hinzuzufügen oder verändern Sie den dargestellten Achsenabschnitt. Um auf einer weiteren Report-Seite die Analyseergebnisse der zweiten Marke darzustellen, kopieren Sie zunächst die Seite per Rechtsklick und Copy & Paste. Wählen Sie beide Diagramme auf der neuen Seite gleichzeitig an, indem Sie die Steuerungstaste gedrückt halten. Unter Data Binding und Active Data wird Ihnen angezeigt, welche Daten aktuell in den Diagrammen eingebunden sind. Jede Zeile in der Liste steht für ein Diagramm. Die Buchstaben im Bindungsnamen beschreiben den Pfad der Bindung. S bedeutet Source, also die Marke. F steht für Filter, wobei für die aktuelle Berechnung keine Filter verwendet wurden. Und der Buchstabe A steht für die Analyse. Die Zahlen hinter den Buchstaben stehen für die Reihenfolge der berechneten Elemente im jeweiligen Pool. Das bedeutet für diesen Fall, dass in den Diagrammen die Ergebnisse der ersten Marke, also S1, von den ersten beiden Analysen, also A1 und A2, gebunden sind. Klicken Sie auf Edit und dann auf einen Eintrag in der Liste, um die Bindungen verändern zu können. Mithilfe der Dropdown-Menüs können Sie nun die Bindungen verändern. In diesem Fall sollen die Analyseergebnisse der zweiten Marke dargestellt werden. Das bedeutet, dass die Einträge unter S, also Source, von S1 auf S2 umgestellt werden müssen. Um diese Einstellungen für beide Diagramme gleichzeitig vorzunehmen, markieren Sie zuvor die beiden Einträge in der Liste. Wählen Sie S2 und bestätigen Sie die Änderung. Nun werden in den Diagrammen nicht mehr die Analyseergebnisse der ersten, sondern der zweiten Marke dargestellt. Zur Darstellung der Analyseergebnisse der dritten Marke verwenden Sie dieselbe Vorgehensweise. Weitere Elemente, die Sie in einem Report verwenden können, sind Einzahlwerttabellen und Verknüpfungen von Audiodateien, um analysierte Zeitsignale direkt anhören zu können. Binden Sie auf den einzelnen Seiten die jeweils passenden Zeitdaten ein. Verwenden Sie dafür, wie bei der Bindung von Analyseergebnissen, den Bindungseditor. Den erstellten Report können Sie jederzeit über die Export-to-Funktion als PowerPoint- oder PDF-Datei exportieren. In einem PDF steht Ihnen die Wiedergabe-Funktion von Geräuschen allerdings nicht zur Verfügung. Um den bestehenden Report für andere Daten wiederzuverwenden, klicken Sie auf File und Save. Nun können Sie den Report als Vorlage für andere Ergebnisse wiederverwenden. Wählen Sie dafür zum Beispiel neue Marken in einem Pool-Projekt an. Als Destination-Element verwenden Sie einen Report und wählen nun im Properties-Tool-Window des Reports vor der Berechnung From existing report. Wählen Sie hier den eben abgespeicherten Report und klicken Sie auf Berechnen. Dieser Report entspricht dem Layout des eben erstellten Reports und enthält dieselben Elemente mit den entsprechenden Bindungen. Allerdings sind nun die Bindungsfade für andere Marken dargestellt. Die Bindungsfade bleiben bestehen, nur die Einträge in den Textfeldern müssen noch an die aktuellen Berechnungen angepasst werden. Damit der neue Report sinnvoll befüllt werden kann, sollte daher für die Berechnung dieselbe Anzahl an Marken und Analysen wie zuvor bei der Erstellung des Reports verwendet werden. Damit haben Sie einen Überblick der Reporting-Funktion in der Atemi Suite bekommen und können einen Report erstellen, befüllen und neue Ergebnisse schnell in einheitlicher Form präsentieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.